und ja hier sind wir bitte im spiel oh mein gott und first kill und to kill und hallo liebe Freunde und hier ist der Tobi und ja ähm ich wollte mal wieder ähm range mode spielen und hier auch Ketten spielen und ja ähm und ich würde euch schnell fragen ich hab sie auch jetzt auf die 1.7.9 geabdated Minecraft oder und jetzt wo ich in Multiplaypings und jedes Kind zu ähm Schering die Kommentare wie ich diesen Park fixen kann und ja wir sehen uns dann im Spiel bei und ja hier sind wir im Spiel und es geht gleich los in 4 3 2 1 die Hände auf die ich auf die Tastatur lege und wir sterren nicht oh god oh god okay ich kann jetzt nur etwas sagen ich werde schlechter ich kann schlechter sein ich kann nicht besser werden ich bin schlecht geworden ich kann BCE also in Einen hätten wir Aber ich wirklich immer doppelte will Das ist Komm schon! Was. Eh? Automatischer Tod Okay Yay Kills Three Aber toden Nein, da ist es nicht gut. Da ist es nicht gut. Stimmt! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Der Bruch hat nicht genüßt sich aus. Was ist das? Wenn sie nichts zurückbezaubern können, dass sie nicht ausnutzen. Okay, das ist hier. Den habe ich gehört, aber es hat nicht gezählt. Natürlich schüße! Plötzlich zählt es wieder. Was? Automatisch... Okay, vielleicht höre ich jetzt nicht, aber... Wo ist der Finale, Mann? Oh. Yo, Mann. Nymph, easy. Nymph. Ernsthaft. Komm schon. Okay, das ist ja schon wieder. Komm schon. Ah, schau. Okay, wo bist du? Vollpuffer. Yeah. Ich bin hier rechte Jackman. Natürlich versagt er mich immer. natürlich kennen wir Yay Ich hab nur Fabian Komm schon jetzt, komm schon her Oh mein Gott Ich bin kleiner Okay Ich kann es dann den Sand wecken Ähm Von eben von dieser Axt Ja komm schon mit dem Messer Okay das ist eine Schere aber lass Er hat mich gesehen Ach komm schon Spiel war der Bar Vielleicht nochmal an Yay Komm schon Ohne 34 13 geht Ja das geht Okay ich war viel Ja viel besser Oh von zwei Seiten Das geht jetzt aber gar nicht Ähm Okay Was ist jetzt gerade passiert Punkte 30 Okay Das war nicht so eine gute Runde Aber lass mir jetzt Server startet neu Gut also ähm Und dann sagen wir müssen schon erst 6 Minuten Nach kommen Ich gehe schnell in die Lobby Ach so Stimmen Ich äh Mach mal mal Plaza Und hier äh Okay Du willst mal sagen wir sind damit Im Spiel und bis nachher Ja Und ja hier sind wir bitte im Spiel Oh mein Gott Und First Kill Oh Und Two Kill Tode schon 2 Hä Okay Hey Das ist ein bisschen Easy Komm schon lass das Komm schon lass das Komm schon lass das Uuuuuh Double Double Kill Double Kill Und zweimal den gleichen getötet Ja lass mir das aber wir haben schon das erste Punkt Ah Keinen Punktabzug Yay Ähm Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Kommt zu mir Kommt zu mir Läuft Bei mir Diese Runde geht schon ein bisschen besser Kommt zu mir Kommt zu mir Kommt zu mir raus Pussi Hey Ernsthaft Kommt mal Hier bist du Eigentlich hab ich es nicht Aber komm mal lassen wir bist ja auch ein Gegner Yay Kein Fahrschaden Uuuuuh Ähm Wo bist du? So bist du ja Yay Ich hab mir ein bisschen von GTA gelernt Ich hab mir ein bisschen von GTA gelernt Also wie äh Schießen ohne zu zielen Also flünschießen so direkt Boah Ja und wer das noch nicht weiß Ich spiel auch geht hier 5 Das war nicht gerade bester Hab erst mal angefangen Hab ich auch noch spät Und ja 5 hab ich mir erst untergeladen Also auf der PS3 Und ja Ich bin eigentlich noch nicht fertig mit der Story Ich hab fast keine Zeit um GTA zu zocken Aber Muss ich mir sagen GTA macht mir immer riesen Spaß Ich versuche Ab der PS3 aufzumachen Dafür muss ich mich verfolgen Oh Ja Dafür muss ich mich noch ein Tutorial um das machen um das machen Kann Ah eh Head If flich ru 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 De E ey warum kommt denn kein boh fall raus ich hab aufgespannt und geschossen oder müssen wir jetzt noch nicht ganz ok battlefield 4 kann ich besser zocken was da ist oder teilt mich wo ok er hat mich getroffen mit der wachst du bist du für die arme an der lektion jetzt getötet halt da kennt ihr das mal lassen Wow! Ja! Ja, 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 ja. um die durchsichtige das nicht ist ich glaube ich bin jetzt auf dem vierten Platz aber vielleicht sonst kann ich nicht die Händen Euro Hilfe also das Wasser wir sehen uns nächstes Mal wenn es bitte heißt Minecraft Server auf Gomei HD um ja und abonniert meinen Kanal und lag dieses Video wenn ihr meinen Kanal abonniert seht ihr mehr Minecraft Videos und mehr Loll Spiele Loll also ähm ist die abkürzung ist die abkürzung für League Legends und ja ähm dann würde ich mir hier wirklich sagen wir sehen uns nächstes Mal Bye Bye